Herr Präsidialist, gehen Sie sind so freundlich, lieber Herr von Schur, richten Sie mir ja den Sprechakt für 11 Uhr. Der Sektionschef hat ihn gestern schon dringend urgiert zur Approbation, gleich nach der Sitzung. Was? Schon wieder zehn muss er hinüber, haben Sie ihn sprechen gehen lassen? Außen sehen, ich bin nicht informiert, er sucht einen Herr, wann da nur nichts passiert, im Zuge aller die Konzession betreffenden, verdammtes Telefon und man nur einen Augenblick, hallo? Ah, du bist Magit, denkt ihr, ich bin so präsiert, der Herr Minister. Küss die Hand. Beim Brunacher, so geh, war es interessant. Nein, heute geht es nicht, ich rufe dann noch, wir sind heute Abend in der Burg, leb wohl, mein Kind. Betreffend und im Verfolg, H.O. bezogen an Bedingung ist es, sowie der unter Rücksicht auf den abzuwartenden Prozess, verlauferforderlichen Maßnahmen, womit der Bundesschatz die Pfandrechte vertritt und unter Anschluss, Servus, Herr Baron, weißt du, das Neue ist, der nimmt Platz. Der Sohn vom Hofrat Kirk soll sich, naja, man sagt, gehen Sie, Herr von Schuhe, ich brauch Gott noch den Akt. Du glaubst nicht, wie der aufpasst, also soll sich auch betätigt. Gestern alles voll, die Järelze, ich sag dir, Epochal, warst schon 11 Uhr, ich sag dir eine Qual, wie man gehetzt ist, schrecklich. Apropos, gehst heut zum Rennen, weißt du, auf Nitschewo ist kein Verlust, Na schau, das gringst jetzt, Musik, rüber, Servus, Dienst ist Dienst. Applaus